Dann gehen wir ihm einfach mal schlafen. Die HPP-Wiki-SK kommt dann Link oben. Großen Link. Achso, das ist ja... Naja, Command-Book, das Plugin, was wir drauf haben. Für Slash-Set-Home und so. Wow, wir haben fast... Wir haben über den Stack Eisen-Kian. Es ist so göttlich. Wir haben 74... Endermans und Sklets und Mobs und Böse. Wo denn? Da ist ein Enderman, da ist... Nein, ne doch nicht. Schon wieder falsch gesetzt, ein paar kackten Glock. Ich hab schon 10 XP, fällt mir grad auf. Oh, ich hab 5. Ich weiß noch nicht mal, wo ich die herhabe. Weißt, was wir machen könnten? Wir könnten das mal alles ausleuchten, hier. Ist da einer zu Fly-Mod drin, ne? Ja. Schick mal bitte deine komplette Punktmeister. Darf ich die nicht schicken? Na doch, mach ich noch. Aber nachher erst. Wie groß war das? Guck mal, Sven, ähm... Wo ich die Holzblöcke gesetzt hab, ungefähr die Größen wird es haben. Ich flieg mal ganz kurz. Ja. Ja. Im Jordan ist schon groß, das wird ja nicht das einzige Haus. Das kriegt ein Innenhof, das Haus. Ach so. Das ist geil. Weißt du, ob wir Gravel haben? Ich frag mich nur grad, wie wir das... Scheiße, das hat natürlich gleich wieder falsch rum gemacht. Haaaah. Gnaaaah. Ob wir was haben? Gravel? Ja. Haben wir bestimmt. Ich wollt grad sagen, mir ist das Holz ausgegangen. Boah. Wenn es jetzt schon ausgegangen ist, dann frage mich, wie du das verbaut hast. So schnell und zu viel auf einmal. Schnell verbaut. Ich kann nicht zählen, ich kann nicht drei Blöcke zählen. Nein, das ist Schwerkieren, das kannst du auch nicht. Aber sowas muss man von dir auch nicht erwarten. Naja, das ist das Mindeste, was ich von mir erwarten kann. Naja, das ist... Zählen ist überwärtig. Das ist mehr als Grundschule, das muss man nicht können. Mehr als Grundschule, ich kann so frei zählen. Eins, zwei, drei. Na, 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 na. Oh, geil, erstmal noch eine Woche, noch anderthalb Wochen Ferien. Zehn Tage. Ist doch noch anderthalb Wochen. Ich sag ja, zehn Tage. Schalalalalalalala. Und Kier, was machst du gerade? Minecraft spielen. Nein, nein, was ist in Minecraft? Ein Haus bauen. Boah. Etwas genauer, wenn ich bitten darf. Ich buddele. Ah. Was machst du denn gerade? Siehs pflanzen. Das ist natürlich schön. Aha. Wenn ein Schaf spawnt, einfach nur so. Ja. Sieh man das überhaupt? Meistens passiert so, dass man es nicht sieht, glaube ich. Boah, ich find's so geil, dass man jetzt über Felder rüber rennen kann. Das ist ganz gut für dich als Farmer. Geboren auf dem Land und Meckelkühe. Okay, deine Frau. Mir wird ein Haus gebaut, weil ich es nicht selber kann. Hey, ist irgendwas drauf rumgehopst. Ja, da fahre ich. Oh, Spasti. Ja, weil ich ein Skat killen wollte. Okay. Ich höre Höhlengeräusche. Was denn? Ich wollt grad sagen, ja, bauen wir uns dann später nochmal ne, äh, ne Bahn zur Mine hin. Wir haben so viel Eisen, das könnten wir jetzt sogar schon machen. Na, stimmt. Wir lassen's erstmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hm. Ich hab keine Haken. Mal ein Skügel wirken. Eins, zwei, drei. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du unser Haus eins tiefer gesetzt hast? Ja, ich, weil ich hatte, wir hatten am Anfang nicht... Ja, ich weiß, aber es sieht eigentlich sau komisch aus. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ah, Büssels. Ah, da waren nur noch Seeds, die hab ich doch besucht. Hab ich hier noch irgendwas Seeds-mäßiges? Hm, nein, doch da. Ey, wir haben so viel verkacktes Eisen, das gibt's nicht. Ey, aber Eisen gibt's hier auch viel auf der Map, ne? Hm. Da war's. Da war Kian, der böse Bub. Ich hab's eigentlich gerne so zum Schiefern. Mach das mit nem Bänderriss. Kreuzbandriss. Ist Bänderriss auch. Kreuzband ist auch ein Band. Ich weiß, das ist... ...das dauert ein bisschen bis es weg ist. Ja, wie lang musst du die Schiene tragen? Weiß ich noch nicht. Ich hab morgen erst Termin nochmal, weil wir waren ja heute auf dem Sonntag. Ja. Und das hat wohl nicht allzu viel gebracht. Ah, ich muss das Haus größer bauen. Noch größer? Ja, ich baue das mit Flügeln. Ah. Wieso glaubt das Ding keine Seeds? Ist doch doof. Hast du noch Seeds vielleicht im Inventar? Ja, vier Stück. Ach, ja, gefähr. Brauch ich. Nein, mir fehlt... Ja, da fehlt mir einer. Du bist dann mir vorbeigelaufen. Tu sie in die Kiste. Nee, ich schmeiß es gerade da hin. Na, okay, ich hab's. Telefon. Ja, ich merk schon. Ich brauche ein Seeds mehr. Ach, das auch. Und ich bin grad doof. Was ist das denn? Da. Zwei... Meine Fresse. Ich geh doch mal um das Telefon. Ja. Du kannst ja nicht. Doch, das ist in meiner Griff weiter, weil ich geh da jetzt nicht dran. Weil die auch nicht. Hier du, ähm... Die Felder sind... Warte, warte, warte. Warte. Nee, ist nicht für mich. Ach so. Okay. Ach so willst du das bauen? Das ist ja geil. Und das wird dann halt pro Flügel. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich glaub ich... Setz den Flügel und... So. Ich mach uns mal ein paar Brote, ne? Ja, ja. Okay, aber ans... Das Deckweizen behalte ich nochmal. Brote... 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 Ich hab schon wieder Hunger hier. Ich hab Brote, 26 Stück. Kannst du mir ein Brot geben? Kann dir 13 Stück geben, ich könnte dir sogar 26 geben, weil ich Fleisch hab. Nee, weil ich schon wieder voll am Hungern bin, ja. Hast du noch Holz? Ja, genug. Dann gib mir mal ein bisschen, irgendwie einen halben Stack oder so. Ich steh bei dir im Häuschen. Einen halben Stack und gibst mir 51 Stück. Ja, tut mir leid. Ja, ich verbrate die jetzt alles für Zäune. Warte mal, macht man Zäune mit Brettern? Nein! Ich hätte mir eben fast... Äh, warte mal. Äh, fast fast fast... Einen haufenweise Dingens gemacht. Mit... Mit... Äh... Vergessen wie's heißt. Trapdoors. Auch schön, hätten wir 1000 Trapdoors. Nee, das wäre nicht schön. Das wäre unnötig. 42 Zäune. So, dann kann ich jetzt ja schon mal weiterbauen. So. Lalalalalala, lalalala, lalalalalala, lalalalalala, Zäune. Ich hab mir falsch gesetzt. Ich hab keine Axt, fällt mir gerade auf. Dann mach ich mit dem Schwert. Zung! Hoho, mein Schwert kann Zäune kaputt machen. Irgendwie ist das Fail, aber egal. Hallo, da. Sven? Ja? Wenn man bei Fraps einstellt, ähm, auf 60 FPS, macht er das doch bei der Aufnahme, ne? Ja. Okay. Ich hab versucht. Was? Guck mal, guck mal hierher. Sofort. Ich hab doch mal erzählt, ich verzähl mich immer. Ja. Und ich musste zwar mal einen Abstand von drei Blöcken setzen. Ich setzte zwar mal einen Abstand von zwei Blöcken. Dann hab ich da einen gesetzt. Dann wollte ich den daneben setzen, hab ihn aus Versehen Block dahinter gesetzt. Jetzt hab ich ihn erst getroffen. Hey! Box mich nicht! Nee! Ich kann ja mehr sprinten, fällt mir schon wieder auf. Aua! Voll spät hast du es erst gemerkt. Wir müssen... Ja, du kamst plötzlich mal einen Block geflogen seitlich irgendwie. Ich kann ja die Aufnahme nachher zeigen. Achso stimmt, du nimmst ja auf. Wir müssen gleich mal wieder Penn gehen, es wird schon wieder Nacht. Guck mal, wer an deinem Fenster steht. Fenster steht. Warte, ich bin grad an der Kiste, wo bist du? Du bist hier nirgends! Äh, Fenster! Fenster! Ich zoome ran, warte! Deine Brille klappt voll verkackt hoch, wenn du dich hinhockst! Äh, irgendwas wollte ich mir grad holen! Ah, Zombie! Ah, hier rein! Ja, komm, wir gehen Penn! Boah, meine Finger fielen grad ab! Leg dich Penn! Ich mach mir gleich mal einen Metall... äh, Metall-Axt! Du Idiot! Du hast mich hochgeschoben! Du hast mich hochgeschoben, du schiebst mich immer noch hoch! Lass mich hier erstmal runter, du! Hallo! Alter! Du bist da! Spasti! So! Du hast mir so viel Leben gezogen! Ja, mir auch! Ja, 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 heil nicht rum! Du kannst das ab, ich nicht, ich bin ein zartes Würstchen! Was? Keine Ahnung! Ich bin ein zartes Würstchen! Ja, Kian, wir fehlen alle mit dir! Was ist jetzt mit einem Würstchen? Ein Würstchen, du weißt doch wohl, was ein Würstchen ist! Ja, das ist ein Würstchen! Oh, jetzt hab ich schon wieder vergessen, nach Gravel zu gucken! Ich hab mir mal einen Hintereingang gemacht, ne? Gravel, 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 Gravel! Oh, Hintereingang, oh, oh! Was? Ich hab wirklich einen Hintereingang gemacht! Wir haben keinen Gravel! Doch, 16! Die reich nicht wirklich! Du hast keinen Bock auf dich vor, dafür zu benutzen, oder? Ja! Ne, ich hab keinen Bock, immer zurückzurennen, wenn ich hier an der Farm arbeite! Ich bin so ein Penner, Alter! Was denn? Das sind zwei Blöcke, die kann ich auch wieder hinsetzen! Gleich! Achso, ich dachte, du hast das Glaspen weggehalten! Nein, ich mach die gleich! Ich kann das Glaspen doch wieder setzen! Cheaterei! He, Zauberei! Ne, aber das mach ich gleich wieder heile! Ne, Plugin! Aha, Plugin heile! Es gibt ein Plugin, das Glas wieder heile ist, äh, das Glas heile bleibt! Gibt so hier ein Scheißen-Plugin! Scheiße! Falsch gesetzt! Gibt das eigentlich einen Harm-Drang-Plugin? Ne, Plugin nicht, aber Mod, glaub ich! Achtung, du musst scheißen! Du musst jetzt groß! Suche ein Wasserloch auf! Uah, Kian! Drück jetzt P und Visiere mit der Maus an! Entschuldigung! Den Command! Leute! Na, gib dir Command! Einen Pinkeln! Ach, Scheiße! Vergessen, wie ging denn der? Oh, herrlich! Kian, wie kann ich so ein Scheiß bitte einfach? Och Gott, noch ein Gipfel! Ja! Du hast noch so einen Mod geschrieben, ich kann doch mal wieder anfangen! Ich habe aber noch keinen Mod geschrieben, wo ich pinkeln kann! Ich habe auch bis jetzt erst einen Mod geschrieben! Mod, wo man pinkeln kann, logisch! Neues Bucket-Flagge! Pinkeln! Ja, weißt du, dann hast du... Hast du eine zweite grüne Leiste unten, ne? Wenn die voll ist, dann musst du pinkeln gehen! Genau! Dann... mit dieser Essensleiste da! Mit dem Hunger! Und dass man dann irgendwie sagt, wenn auf dem Server, ne? Vorschrift ist es, keine Ahnung, ein grünes Dach zu haben! Und wenn der Plugin da drin ist mit dem Harm dran, dass du sagst, es ist Vorschrift, sich ein Badezimmer einzurichten! Das ist echt geil! Dann hast du noch so einen neuen Block, so einen Klo! Einen Klo gibt es durch einen Mod! Aber ich weiß nicht, aber den kann man... Aber das kann man da nicht benutzen! Oder einfach so ein Wasserloch! Oder du baust dir was mit dem Traptor oder... Das weiß ich, Mann! Ey, hast du schon mein neues Klo gesehen? Das ist ein Goldblock! Ja, Mann! Nein, das ist keine Ahnung! Ich hab immer Klo geschissen! Guck mal, da liegt ein Stück Fleisch drin! Äh... Äh... Scheiße! Ich find jetzt mit dem Slimeball, find ich jetzt schon was besser! Wieso gehen alle meine Sachen so schnell kaputt, ey? Und ich hasse dieses Geräusch, wenn die Sachen kaputt gehen! Deswegen spiel ich ohne Turm! Na, ich spiel mit! Ein bisschen jedenfalls! Damit ich zum Beispiel, wenn ich in der Höhle bin, dass ich ein paar Zombies höre! Damit ich dich retten kann! Ah, du wirst du! Du rettest mich, ich schick dich voraus! Ja! Haben wir hier noch Sticks? Entweder bin ich blind oder nein, wir haben keine Ahnung! Wir sind hier zwei Dschungelholz drin! Weil ich die aufgenommen hab! Ach so! Ich bin so doof, grad Sticks zu machen, Feldmann! Fuuu! Nein! Ich benutze mal Eisenwerkzeug, ne? Sowas will ich nicht lassen gar nicht! Ich kann's lassen, aber ich lass es nicht! Ey, wir müssen nach und nach mal diesen Berg hier abflachen! Der ist zu... im Weg! Der hinter... Ach, der! Ich dachte... Aber den kompletten Berg! Dann haben wir eine schöne große Fläche für irgendein noch ein neues Haus! Ja, ich mein, wir bauen jetzt großflächig Felder, ne? Ja, das auch! Dann können wir das komplett abflachen und dann können wir da auch noch Felder bauen! Kannst du mir mal so 20 Fanskates craften? Nö! Na toll, dann muss ich das selber machen! Alles kalt, nein! Ja! Ich bin grad sowas von schlau fällt mir auf! Ah! Ich hab nur noch 3 Zäune fällt mir auf! 1, 2, 1, 3! Ich hab ein Seed, ich hab ein Seed! Ich hab aber keinen Platz, wo ich den gerade einpflanzen kann! Wieso hast du geläftet? Minecraft spackt das grad'n bisschen! Achso! Ich hab'n Block gesetzt, der den weg! Ich hab'n Block gesetzt, der den weg! Hm! Geht's wieder? So! Das toll! Ich hab' noch die Kürbis, ne? Ich pflanze mal ein paar Kürbis, aber nur! Ah! Ich hab' keinen Eimer dabei! Mano! Ja, diese Dinge nicht! Da Ich mach' mir mal Zweite Eimer! Eimer! Fleisch, meins! Kennst du eigentlich Jan Hölk hier? Was? Jan aus Preußen Ähhh... So vom Sehen her? Vom Seen her kennst du mich bestimmt. Ich war ja auch im Urlaub da. Ich hab kein Holz mehr. Was? Ich hab kein Holz mehr. Du Elender Cheater. Du hast es verschwinden lassen. Auf jeden Fall. Die meisten, die im Schienerlaub da waren, die meisten kannten alle vom Seen her. Ich kannte die auch schon länger. Ja. Man tut sich so, hä, du auch? Wir haben 53 Holz ausdingen. Ja, aber da, wenn du das benutzt, das sieht komisch aus. Ja. Ich geh mal Holz fahren irgendwo. Wir haben da noch ein paar bei mir stehen, die kann es abfahren. Ich brauche normale. Stimmt, ja. Junge, bei mir leckt es gerade irgendwie. Kannst du kurz die Aufnahme unterbrechen? Ja, muss ich, glaube ich, sowieso, weil meine Platte, glaube ich, voll ist. Ja, dann komm ins Haus. Wir machen dann hier zu Ende erstmal. Ja, wir machen noch gleich weiter. Ja, aber erstmal. Ich baue das hier jetzt zu und du kommst jetzt mal rein. Warte, ich nehme kurz das halt auch. Ja, Jan, komm nach Hause. Du Bettnhoch, komm mal. Das ist so geil. Ich bin schon im Haus. Ich bin im Haus, du nicht, jetzt bist du drin. Komm, wir gehen hoch zu den Betten. Okay, meine Festplatte scheint nicht zu voll zu sein, aber egal. Jo, so, wir sehen uns dann gleich wieder oder vielleicht auch nicht. Bis dann. Ciao. Willst du noch was sagen? Tschüss. Tschüss.